Nächster Tag, wieder geht's weiter da hinten. Heute am Donnerstag, 15. haben wir der Farm-Vlog 209 und der 16. Daily-Vlog. Genau, und jetzt wieder da hinten. So, das eine Handreaktion schon gesehen, jetzt habe ich da diesen Waschtisch eingebaut, hingehängt, das Waschbecken mal rein, die Schutzfolie lasse ich mal noch drauf, dass keine Sauerei passiert, wenn mir irgendwas drauf fällt auf die Platte, müsste jetzt nicht unbedingt sein, was ist denn das? Das ist eine neue Acrylplatte, also die hebt schon was aus, aber wird ja dann auch schöner, wenn man es drauf fliegt. Aber, jetzt habe ich ein Problem und das Problem ist das, diese Wanne, oder dieses Spülbäcker, Waschbäcker, sonst auch wie, aber, das sind ja da, und ein Abflussloch, ob ein Loch, wo der Hahn rein kommt. So, und normalerweise hat ein Waschbäcker auch noch irgendwo da ein Loch, oder, wo, wenn du das Wasser reinlaufen lässt und das Stöpsel auch noch zu machst, dass, wenn du das vergisst, oder wenn du ein Kind rumspielst, oder sonst was, dass das Wasser, was da reinlauft, dann auch da wieder rauslauft und nicht ins ganze Bad flutet, oder so weiter. So, dieses Waschbäcker hat das nicht. Hm, komisch. Irgendwie komisch. Und das Komische dazu, nachdem ist, bei diesem Waschbäcker war so ein komischer Syphonabfluss irgendwas dabei. Und da habe ich bis jetzt, das Ding habe ich noch nie gesehen, sowas. Und da bin ich jetzt gerade am Rätseln, wie das da zum Installieren ist, weil die Anleitung ist sehr sehr sparsam. Und wie das überhaupt funktionieren soll. Weil das sind schon irgendwie zwei Leitungen, aber wie das funktionieren soll, das weiß ich auch nicht. Und das bin ich jetzt am rausfinden. Und da zum Zuschauen ist ein bisschen langweilig, bis ich da denke und denke. Also beim Denken zuschauen, das ist jetzt irgendwie, ich glaube, nichts Rars. Und ja, sonst. Darum ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig. Da werde ich euch jetzt irgendwie, erst wenn das fertig ist, ja, dann wieder dazu holen. So will ich sagen. Jetzt schauen wir mal, ob das was wird mit mir. Und ja, da haben, hierbei das Gläser. So, noch schnell was besorgen. Hat auch mit dem Waschtisch zu tun, ich brauche ein anderes Syphon. Unter den Adierrohren sind zu kurz und das passt an mir jetzt so, wie immer das dauert. Also jetzt habe ich da irgendwie so ein billiges Plastikding gekauft. Mal schauen, wie das funktioniert. Aber mit dem Einer, was gibt es da hinten? Aber mit dem Einer, ja, jetzt komme ich schon klar, so langsam mit dem Ding. Also es wird besser. Ich habe auch der Spülkast, äh, der Waschtisch nochmal ein bisschen anders nahe hängen müssen. Der hat doch irgendwo an der Wand, wo es ein bisschen eine leichte Welle oder irgendwas Ding wäre sein. Also das ist, der war nicht absolut im Wasser kann. Und zum diese Platte oder also diesen Waschtisch ober drauf machen, muss es ja ganz sauber drin liegen. Und das, da bin ich jetzt noch dran, wäre das auch zu passen. Und jetzt passt es. Und jetzt habe ich noch einen Silikon geholt und sonst was. Und wenn ihr gerade werdet, schaut gerade einmal aus dem Fenster raus. Schau mal, wie grün es schon war, ist der Schnee weg. Und seht ihr den schönen Hof da drüber? So ein schöner, gell? Ja, also, jetzt heim. Jetzt kommt domer Mittag und dann geht es ober wieder weiter. Die Grüße. Ja, wo ist der Bobi. Geil. Oh, der Bobi. Ja, ja. So. Ja, ja. Rudi. Rudi schreit immer nur wie ein Jüngling. So hoch, gell? Hä? Bubi? Ja, ja. Der ist ja feiner, gell? Ja, feiner, dicker Bubi. So, wir kommen mal rein, Frau Schmidt. Hey, Rosa. So, wir kommen mal rein. So, wir kommen mal rein. So, wir kommen mal rein. Ja, das war's. Jetzt habe ich natürlich wieder darum vergessen, oder nicht vergessen, das falsche darum mitgenommen und jetzt muss Claudia extra nochmal fahren und dass ich das nicht dagegen machen kann, weil das Siphon vom Siphon zur Wand durch Dings, das Rohr ist zu kurz und da habe ich was anderes gekauft, so Kunststoffdinger, also so bewegliches, aber das passt nur in Küche rein, das passt an deren Anschluss nicht mehr, komischerweise. Schön, das muss ich halt da für dieses Rohr und da drinnen, oder, von dem da dritten bis in die Wand hinein, brauche ich eine Verlängerung und das muss ich noch schon erholen. Es ist Gott sei Dank nicht weit, 6 Kilometer zum Fahren, aber trotzdem ist es lästig, wenn man immer wieder wegen so einem Scheiß-Furzel irgendwie umheran fahren kann. Aber wir haben die auch noch zum tun. So, und dann das nächste, lass mich mal überlegen, da haben wir jetzt noch. Was. Wunderbar. Wo ist das denn? Ah, das hat er schon. Und wie läuft's? Das Waschbäcker ist dein Gefeb, aber... Cool, ja? Das Waschbäcker? Ja. Das sieht man unten, da wird den ganzen Stahl zusammensteckt. Ja, passt doch. Ja, passt doch. Ja, passt doch. Ah, das ist gut. Munna